In Schloss Eereshofen in Engelskirchen laufen die Dreharbeiten für Die Salzprinzessin, ein Märchen in der ARD-Serie Sechs auf einen Streich. Neben anderen spielen Leonard Lansing, Leonie Brill und Elvis Clausen mit. Die Geschichte, König Christoph will bald sein Zepter abgeben. Eine seiner drei geliebten Töchter soll die Drohnenfolge antreten. Die jüngste, Amelie, eignet sich wohl am besten dafür. Die findet im Wald dann nicht nur einen prächtig funkenden Salzkristall, sondern trifft auch den charmanten Prinzen Tabu aus dem fernen Königreich Bukanda. Die Salzprinzessin wird im Weihnachtsprogramm im Ersten zu sehen sein.